aber musik yo leute was geht philipp ja hinz am start also server passen am start und das ist mein neuer youtube-kanal ich hoffe er gefällt euch und das wird mein erstes video mit dem buschi koro ade oh die lobby sieht ja perfekt aus ja perfekt guck mal wie sind die ersten beide bei mir sind ich brauche es nur gar nicht das war die musik nö ich muss kurz machen und andere klicks das war wieder mit vor seit aufstoßen alter Ja, Dingo, Digga Ich geb ihm 100 Paprizi, Alter Hi Alles klar, Digga, ich kassier Kommst du gleich mit raus, Pokémon-Zwang? Hi Kommst du gleich mit raus? Hier raus Ey, Digga, ich stehe 1 zu 3 Oh Gott Jetzt komm nicht raus Oh, deine Oma, ne? Nee, nicht deswegen, aber warum wird ich rauskommen? Wir werden ein paar Pokémon-Zwang Kommst du lieber weiter Jetzt mal ohne Flux, Alter Ich stehe 1 zu 4 1 zu 4 So schlecht bin ich nicht, Alter 1 Äh, ich starbe, Alter Ohne Flux Was, ich komm Warum, warum wirf ich jetzt ein Tamarok Digga, ich stehe 2 zu 5 Wie viele, äh, Punkte sind gerade 12,21 Nee, ich gehe raus mortar, soll mir sowas gehe ich raus, Alter Ich kann, bin zu schlecht dafür Für die Lobby bin ich auf jeden Fall zu schlecht, Digga Gib mal rein, Philipp Ja Ja, aber die Große Philipp, gehst du raus, Pokémon sammel? Ja, ich gehe mit Ja, ich gehe nicht mit Warum? Wir können aber heute Abend denn zocken, richtig lange Ja, ich mach vielleicht durch Was wird denn jetzt? Wenn du durch machst mache ich mit durch Digger Glaube ich dir Jetzt Ich muss gucken ob ich durch mache Aber ne was lohnt ist wenn ich jetzt zu euch gehe Pokemon sammle und dann gleich wieder nach wie ich fast losgehe Auch wenn ich 0 Uhr oder so raus laufe Aber trotzdem haus ich sowieso dann rein Ne jetzt such mal einfach nur Lobby Schnell Digger Warte mal Schild mach Ne Digger jetzt Digger meine Aufnahme läuft schon Ich hab nur 15 Sekunden 15 Sekunden 15 Sekunden zu dumm Hey also wenn YouTube auf Apple so rumspinnt Alter muss immer YouTube enden Ja Die Runde muss ich jetzt hinkriegen Leute Muss jetzt mal gut sein Davor habe ich das so abgeschissen 1 5 Davor spiel ich denn Da hat einer eine Shadowclaw der ruft Was Geht dann Dann geht der raus Gleich Je nachdem wie viel Mein Akku hat jetzt so 50% Auf mein Handy Ich weiß nicht Auf jeden Fall Wenn mein Handy glaube ich ein bisschen toller ist würde ich sagen Fertory erledigt Da habe ich den gegeben Einfach beste Waffe Ist so Digger ist beste Waffe Kann mit der gerade so gut spielen momentan in der Zeit Ich mit der Waffe Mit welcher Schwach spielt der Digga Ja der Man in War Digga Ist der krass Jungen Deine Waffe Von ihm verziert nicht ein bisschen alter Wenn man die Man in War richtig spielt dann verziert hier und nicht So wie Philipp gesagt Das verstehe ich jetzt nicht Das verstehe ich gar nicht Ja aber ich kann sie genauso spielen Weil mein verziert hier trotzdem einfach Puch was hattest du gerade? Hätt mir zugehört was? So wie du mir sie gestern angegeben hast Alter verziert Null Also ohne Vorderkraft So Bestätigt Ach Junge er gammelt an Auf jeden Fall Warum? Junge alter hat dich immer gebeten Ja Digga Krass Boah Junge das sind drei Stück und mein Teammate verpisst dich wieder alter Junge das ist doch peinlich Wozu muss er nicht verpisst? Man stöpft doch sowieso alter Kannste einfach probieren alter Das ist daran so schlimm Guck alter So einfach macht man das Ich frag den an meinem Klassenchat ob jemand Bock hat mit rauszukommen denn Ja ich kann ja dann aufkommen aber ich komm dann erst ein Päckchen später wenn ihr ausmachen Wie komm ich denn auch noch vielleicht denn Wie komm ich denn auch noch vielleicht denn Keine Ahnung Ich krieg das Powerbank dann auch noch mitnehmen kann mein Handy Rest aufladen Nils hat dein Handy 100% Okay Digga los geht's Aufladen warte Ich krieg noch Assists wieder Das hab ich schon Das ist wieder nicht richtig aufgeladen Ich hab zwei Assists Ich mein die ist nicht aufgeladen richtig Aber wenn ich Chrissy seine mitnehme hab ich noch eine Ich kann Chrissy fragen ob er mir sie kriegt Ob der nach seiner Box Und dann kann er ein bisschen kanzieren oder so Boah Junge er ist dahinter so ein Heklisch alter Das ist warum man nicht so eine kleine Ordee sieht Also ein kleiner Ich hab' ja angerufen Digga Ich hab' ja angerufen Digga Ich hab' ja angerufen Ficken Ich hasse es Digga mitten in der Aufnahme Ey wie ich's hasse Digga wenn ich angerufen werde Ja stirb Digga Aber überlebt was Feind ausgeschaltet Ich war für später Digga Ich musste einfach nachladen Ich hatte zwar noch 5 Fluss drin aber ich musste nachladen Von da oben konnte ich nichts machen Digga Er spielt einfach 3 Fluss Digga Er spielt einfach 3 Fluss Digga Ja meine Digga mein Internet ist jetzt richtig gut Weil ich allein wenn ich Youtube gucke Geil Mach weh dann aus Weh dann ist aus Digga Krissi 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 Oh Junge da war drei Stück Digga Mein Team verpiss mich wieder Hey ich verkack' im Gunfight Ich Digga Digga Mein erstes Video und ich geh so richtig eklig Digga Ja Digga wie kriegt er mich da Mann jetzt fast das war Mann Digga ne geh ich auf Alter Was ist denn das Leute Digga seine Mando war ist Fazit Null Ja Meine M8 Fazit auch Null Aber nie genau dann in so ein Garfett Verkack' ich immer Ja wir bin wieder Kill geklaut worden Alter Ne ich gar nicht Challenge nicht Also nicht Wie gesniped werde ich sonst ein Penis Alter Wie ist es ja immer so dass ich gesniped werde Denn eine Mando war macht einfach mehr Schaden als bei Ja Digga wer ist hier neben mir Digga Du Bustier deine Wessler bringt da hinten nichts Ich bin so dumm Alter echt ich stehe F8 Ich kassier einfach mehr als jeder Judo Judo Alter Das von was meine ich Digga ne Er heißt einfach die Zitrone Digga Ja Digga Zwei gehen auf mich und mein teammate der Boah ne Er heißt einfach die Zitrone Digga was bei ihm Das lag bei mir Diese randoms äh Dings Mann jedes Mal schluckt der eine so viel ne Ja dieser mit der grünen Rüstung da Was soll denn ditte Was machst du denn da Boah komm 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 Mann Alter wo kommt der denn immer her Ich hab ihn gesucht Ich hab mich oben gedreht Da war keiner Nö links steht einer Hm ich hab mich in 360 gedreht Da war keiner Aber links steht einer Logisch Mann hau ab hier Der Wespa bringt doch eh nichts von der Welt da ey Bringt nur bei den Gegnern was weißt du doch Wie ich gesgaffed bin Oh nein 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 Oh Mann ey ich hab's gesehen dass ein M8 Typ da drin sitzt Deswegen wollte ich weg springen Ne er hat wieder so ein aimbot alter Arschloch Oh Ich hab den Drohne Drohne nähert sich Das hat er ja Das hat er ja Irgendwie so ein Krüppel Für ihn hat nur gereicht alter Der Drohne nähert sich Oh Gott Digga Ich spiel grad so schlecht Nein Junge Die schlucken jetzt alle drei Börsen Ey mach das Fini Ja Junge Was ist denn das für eine krasse Waffe alter Ich Wie ich scuffen musste man Ja Digga die gibt doch zwei Schuss Digga tot Digga was hat der für ein aim alter Ist so die Meisten haben hier so ein fettes aim digga So ein krasses aim hat alter weißt du Er macht das nicht Ewig um anzüge Oh Last kill Leute Yo Leute das war's mit dem ersten Video auf meinem neuen Kanal Ich hoffe es hat sogar Ich hoffe es hat euch gefallen Und Jo Ciao Das aim am Ende nochmal Digga Hab ich geschluckt